Da war Andrews Dubé. Er wollte Mary anklagen, weil... ...weil sie nur ein boshaftes Kind sei und nicht mal eine Hexenjägerin. Das kann nur gut für uns sein. Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber... ...ich fühl mich als Telstees. Finde ich echt gut. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich hab heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von... ...Geistern und Dämonen. So, und damit herzlich willkommen zurück in Little Hope. Der kleinen, gruseligen Geistestadt. Und ja, ich hab nicht viel Zeit. Wir begrüßen, wenn mehr Zeit ist. Wir brauchen einen Helden. Wir hätten einen dieser, ähm... ...Fuzzis gebraucht. Einen Paladin. Einen Gotteskrieger. Oh, wow. Du bist ja ein richtiges Gamer-Girl. Ich bin halt voller Überraschungen. Die reinste Wundertüte. Quats ab. Wir sollten los. Scheiß auf diesen Ort und unseren dämlichen Unfall. Ach du Scheiße. Ähm, 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 ähm. Oh, schneller, schneller, schneller. Oh nein, nein, nein. Doch, grad noch gereicht. Eieiei. Äh, was kommt denn jetzt? Äh, hopp. Äh, geräuschfolgen oder Bewegung folgen. Wir folgen dem Geräusch. Ach du Scheiße, Leute. Äh, 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 ä Was zum Teufel war das? Oh je, Leute. Ich hab gedacht, wir wollen dann beide nichts viel los. Und nicht, dass ich sag, komm, geh weg. Äh, ja super. Hallo? Wir wurden grad schier vom, keine Ahnung, Monster aus dem Sumpf getötet und kein Juckz oder was? Ähm, hallo? Es gibt da was zu besprechen. Ähm, wollte ich nur mal sagen. Irgendwie, so ein bisschen. Hallo? Das ist ja geil, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja? Wie gesagt, wir wurden grad schier vom Monster auf dem Sumpf hier geplättet. Das ist wieder, äh, da haben wir doch schon so, äh, hier da die Stöckchendinger. Achso, und hallo, willkommen zurück jetzt, haha, bei, äh, Little Hope, Leute. Grüßt euch, ja? Ähm, vorhin mussten wir ja schnell entscheiden. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch. Und wir sind ja schon mittendrin. Und, äh, ja, dann, ich halt jetzt meine Klappe. Ja? Haha. So, ähm, ja, das, was da eingeritzt ist, da haben wir schon so, so Stockmännchen doch gesehen irgendwie, die an so Schnüren hingen. So, wo sind wir denn hier? Was ist da mit dem Biest passiert? Äh, hoffnungsvoll, es ist weg oder, äh, verblüfft, äh, was denkst du? Äh, wir sagen, wir sind mal hoffnungsvoll. Was auch immer es war, es ist weg. Hoffe, du hast recht. Was immer das eben auch war, echt oder nicht, wir schweben noch in Gefahr. Das kannst du nicht wissen. Äh, selbstbewusst, wir müssen, äh, mit dem Richter sprechen oder unsicher, äh, was ist der Ausweg? Ja, das mit dem Richter ist eine gute Idee, glaube ich. Dein Dubel muss vor Gericht über Mary auspacken. Nur so können wir sie stoppen und diesen Albtraum überleben. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Es dachte ja auch jemand, dass es uns hilft, Marys Puppe zu verbrennen. Und sind wir sie los? Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Wir haben nur eine Chance. Ein Fehler und wir sind erledigt. Aus die Maus tun wir, was immer nötig ist. Na los, sehen wir uns um. Ja, natürlich sind das alles nur Theorien, aber irgendwas muss man ja machen, ja. Wobei, keine Ahnung, ich glaube eher, dass es der Priester ist, der die Mary vielleicht einfach nur benutzt, keine Ahnung, ja. Aber, äh, die Möglichkeiten, den Priester anzukacken, hatten wir noch nicht. Und, äh, deswegen, ja, muss halt die Mary dran glauben, ne. Ich meine, die macht ja auch mit bei dem Scheiß, ja. Und, äh, wie der Dings gesagt hat hier, ähm, ja. Ja, äh, die hätte sich ja auch hämisch gefreut, als da jemand, ähm, ja, ne, Strafe gekriegt hat. Oh je. Das sieht nicht so gesund aus, würde ich mal sagen. Ähm, ja. So, was gibt's hier noch? Wir gucken mal rum, ja. Wir schauen mal, was wir noch finden können. Ähm, wir gehen erst mal kurz hier ab, ob's hier irgendwas gibt. Und, äh, ja. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Ja, also, könnte sein, dass die Mary halt einfach nur ein Werkzeug ist, äh, des Priesters. Aber, ja. Ich sag mal so, mitgehangen, mitgefangen, fertig, ja. Dann ist das so. Ja, besser die als wir. So, Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf, Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Okay, alles klar. So, haben wir hier noch irgendwas? Wir gucken mal. Da können wir noch was angucken. Stimmt für Carver als Bürgermeister, 666 für Wohlstand in der Zukunft, äh, Samuel Carver. Ähm, ja. Aber da hat wohl irgendjemand, sag ich mal, ähm, ja. Konnte den wohl nicht leiden. Würde ich mal so behaupten. Zumindest, wenn man so nach dem Gekritzel geht. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Und schauen wir mal, was wir da finden. Hier gibt's nix. Da ist nur der John. Oh je, ich hab, boah. Leute, ich will da nicht rein, ehrlich. Hab echt Schiss. Ja, da kommt doch wieder irgendwas jetzt. Schaut mal. Hey. Oh. Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da. Leute, redet doch mal vernünftig mit dem. Der scheint das ja gar nicht alles zu sehen, was ihr seht. Fragt ihn doch mal. Weil wir haben das Sehen, ja. Hier drin war schon lang keiner mehr. Boah, Alter, mein Gott. Boah. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt Reverend, fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zusteht. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Welchen Weg soll ich einschlagen? Mein Gewissen befiehlt mir, Mary anzuklagen. Doch der Gedanke daran betrübt mein Herr. Einfühlsam. Ich verstehe dich. Oder energisch. Das Mädchen ist böse. Ich glaube... Boah, Leute, ehrlich. Ich glaube, dass es halt der Pfarrer ist, aber... Du musst dem Richter die Wahrheit sagen. Das Kind ist böse. Alle müssen das wissen. Aber vielleicht kriegt man so auch halt den Passwort ran. Ja. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit. Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspart uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary hat mir gestanden, dass sie gelogen hat. Sie sah nicht, wovon sie sprach. Sah weder Hexen noch Teufelsdiener oder Teufel. All das entsprang nur der Fantasie eines Kindes. Verstehst du den Ernst dessen, was du hier behauptest? Ja, wird der Richter. Nun gut. Wir sind fertig. Mary wird bei mir bleiben? Angesichts deiner Aussage kann ich das nicht verantworten. Reverend Carver wird Mary's neuer Vormund sein. So will es das Gericht. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrew Stubel gesehen? Er war da. Er hat ausgesagt, dass Mary gelogen hat. Sie hat nur gelogen. Und jetzt? Wird sie wegen ihrer Lügen eingebuchtet? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Was denkst du? Hat er recht damit? Unsicher. Ich verstehe es nicht oder verständnisvoll. Es war, wie er gesagt hat. Wir machen das. Es war, wie er gesagt hat. Es war, wie er gesagt hat. Oh je, wo sind wir denn hier? Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nichts wie raus hier. Oh Leute, jetzt ist es aber langsam auch wieder gut, oder? Ja? Mit Spannung und so. Was haben wir denn hier? Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. In den Siezigern lag mein Leben noch vor mir. Mhm. Erkennen wir da drauf irgendjemand vielleicht? Mhm. Also mir persönlich fällt jetzt eigentlich... Kann auch sein, dass ich einfach wieder blind bin. Aber mir fällt jetzt nicht irgendwie eine Ähnlichkeit zu einem auf. Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, wir gucken mal. Was haben wir hier noch? In Gedenken an James Clark, 1929 bis 1972, schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. Mhm. So. Boah, ich hab total Schiss, dass uns wieder irgendwas anspringt jetzt. Ehrlich, ich hab mich so erschrocken, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Als wir hier rein sind. Leck mich am Arsch. Alles klar. Da hat jemand auf jeden Fall... ...ganz klar seine Meinung gut getan. So, was haben wir hier? Boah, echt. Ich hab Sushis. Irgendwas springt uns an. Furchtbar. Äh. Hallo? Nochmal. Was war denn jetzt das? Wieso hat er denn das... Wir wollen das schon noch angucken, oder? Pack das doch nicht zurück. Was denn... Ja, jetzt... Geheimnis gefunden. Familienfoto. Komm mal her. Das musst du sehen. Das ist echt krass. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Dubels? Weiß nicht. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Nein, ihr seid alle tot wahrscheinlich. Willst du echt ein Andenken? An heute? An Little Hope? Weiß nicht. Aber ich will's haben. Ja, dann nimm mal mit. Du meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Glaubst du das? Warum solltet ihr alle in meinem Traum sein? Das könnte ich dich auch fragen. Ich weiß nicht, was echt ist. Bist du wirklich Andrew? Ach komm. Aber wer sind die Leute auf dem Bild? Vielleicht gab's einen Zeitsprung. Dann sind wir die Leute auf dem Bild. Hm. So, was haben wir hier? Oh je. Zeitungfabrik schließt. Warte mal. Sekunde. Irgendwie das heißt wieder zu. So, jetzt aber. Schließung der Fabrik in Little Hope. Der Verlust von hunderten Arbeitsplätzen wird die Stadt zugrunde richten. Beinahe 600 Arbeitsplätze werden in Little Hope verloren gehen, wenn die Ravenland Textilfabrik im September Rhetore an der Harvard Road schließen wird. Von den Entlassungen sind sowohl Beschäftigte in der Hauptfabrik als auch in den Nebenbetrieben der Stadt betroffen. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt gegeben, einer Geschäftsführerin des Familienunternehmens, das seit über 160 Jahren der Hauptarbeitgeber der Stadt ist. Es war eine traurige Entscheidung für uns. Wir betrachten die Arbeiter in der Fabrik als einen Teil unserer erweiterten Familie und wir wissen, wie viel Ravenland für sie bedeutet. Aber wir können das Geschäft nicht mehr weiterführen. Gespräch mit der Familie Carver erklärte McCarthy. Aber während die Töchter empfänglich für die Ideen der Gewerkschaft sind, um die Fabrik zu retten, wurden sie von Bürgermeister Carver stets abgelehnt. Wir wollen eine Partnerschaft mit der Familie, um ihr Unternehmen und unseren Lebensunterhalt zu retten. Aber anscheinend will der Bürgermeister keine Partner. Ein weiteres Gewerkschaftsmitglied, das anonym bleiben möchte, brachte seine bittere Meinung zum Ausdruck. Es geht nur ums Land. Die Stadt gehört schon seit Generationen den Carvers. Wenn sie aus dem Land keinen Profit schlagen können, drehen sie die Hähne zu. Da die Fabrik die Haupteinnahmequelle der meisten Familien der Stadt ist, machen sich viele Sorgen um die Zukunft. Die Schließung der Fabrik wird die Stadt zugrunde richten, teilte ein Fabriksarbeiter dem Herald mit. Wir... Ferryman, Busfahrer gesucht, volle Ausbildung, gewährleistet, Uniform zur Verfügung gestellt. Okay, das ist nur noch so eine Stellenanzeige. Okay, also der Bürgermeister hatte wohl keinen Bock, irgendwie die Fabrik zu retten. Die Töchter scheinbar schon. Aber was das jetzt alles hiermit zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. So, was haben wir hier? So, East County Commission Fabrikschließung. Die Fabrik wurde aufgrund der Liquidation von Little Hope Textiles Limited geschlossen. Aufgrund mehrerer Vorfälle seit der Schließung ist der Zutritt zur Fabrik und er sagt, versuche das Gelände zu betreten, werden als kriminelle Verstöße geahndet. Ehemalige Mitarbeiter, die ihr Eigentum zurückhaben möchten, können uns unter 555-6686 kontaktieren. Okay, alles klar. Also, das war dann wohl halt der endgültige oder das endgültige Aus der Fabrik. Ich glaube, da hinten müssen wir noch rein. Ich habe echt keine Lust, Leute. Irgendwie. Ah, der Richter. Den erkenne ich. Haha, sehr gut. Ja. Okay, das ist der Richter. Der hier umhängt in der Fabrik. So, was haben wir noch? Wir schauen mal. Semmel Lodgett, Lewiston, 6. Februar 1693. Nachdem ich den Brief von Captain Bond beziehendlich der Vorfälle in Little Hope gelesen und die Anträge der Einwohner gehört habe, möchte ich mit diesem Schreiben meine Betroffenheit ausdrücken. Pastor Carvers Lehren wichen vom wahren Glauben und Frömmigkeit ab. Sein Geist entfernte sich von der Gemeinschaft der Heiligen und gab sich über viele Jahre der Sünde hin. Nachforschungen sollen hinsichtlich seiner früheren Taten angestellt werden, die die Stadt infiziert und verdorben haben. Ich bitte darum, einen Beirat zu gründen, um den Geschehnissen des letzten Jahres samt der Beteiligung des Mädchens auf den Grund zu gehen. Untertänigst, Toss Weimann-Richter. Aha, Leute. Wie ich mir das schon gedacht habe, der Priester war der Böse. Aber wie gesagt, den konnten wir ja bisher jetzt irgendwie noch nicht. Wir konnten ja nur das Mädel ankacken. Und, ähm, ja, hoffen, dass wir dadurch vielleicht irgendwie, ja, dass wir die verpetzen. Oder, ähm, ja, dass wir dadurch dann an den Priester rankommen. Das ist jetzt zumindest mal die Hoffnung. Weil, ähm... Was ist dann deine Theorie? Wir sind tot. Das habe ich zu Taylor gesagt. Ja, 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 ja. Wir sind alle tot. Ja, das glaube ich auch. So, warte mal hier. Was ist da passiert? Dann, unleserlich. Gute Frage. So. Ja, also die haben es gerade auch nochmal gesagt. Und das ist auch meine Vermutung. Wir sind sowieso schon alle tot. Wahrscheinlich sind wir einfach bei dem Busunglück ums Leben gekommen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oh, nee. Jetzt ist auch mal gut. Da, unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Untersuchen. Boah, diese Töne schon wieder, ne? So, äh, tragischer Brand durch Kinderspielzeug ausgelöst. Der Auslöse eines schrecklichen Brandes eines Wohnhauses in Little Hope. An diesem Wochenende könnte ein Kinderspielzeug gewesen sein. Lieutenant David Farr von der freiwilligen Feuerwehr Little Hope teilte dem Herald mit, dass der Gasherd in der Küche angelassen und eine Kinderpuppe daneben platziert wurde. Er glaubt, dass die Puppe Feuer fing und vom Herd fiel und dadurch die Küche in Brand setzte. Das Feuer forderte fünf Tote unter der Familie Clark. Ein überlebender, Anthony Clark, wurde von der Polizei nach Verhaftung wegen Verdachts der Brandstiftung befragt. Die Ermittlung in Bezug auf das Feuer scheint den jungen Mann aber zu entlassen und er wird heute entlassen. Der Pastor der Familie, Reverend Leonard Carson, von der Bischofskirche St. Davids, meinte, das Feuer sei eine Tragödie gewesen. Es ist schrecklich, wenn eine Familie auf diese Weise dezimiert wird. Sie hatte es in letzter Zeit nicht leicht, wie so viele andere Familien auch, aber es war eine gute, harte Arbeit und liebevolle Familie und ich habe ihr während ihrer Schwierigkeiten beigestanden. Das ist eine Tragödie und hätte nicht zu enden sollen. Bis dato wurde noch kein Termin für das Begräbnis festgelegt. Sowohl die Feuerwehr als auch das Büro des Bürgermeisters lobten die Schnelligkeit der Polizeibeamten, die als erstes am Schauplatz eintrafen und verhindern konnten, dass der Brand sein sexes Opfer forderte. Durch das schnelle Denken des Beamten Reynolds und Hoffmanns konnte ein weiterer Tod verhindert werden, empfiehlt der Bürgermeister die beiden Männer für eine Auszeichnung. So, Marine, Veteranen treffen, das hat damit ja nichts zu tun. So. Also, ich glaube, das ist das, was wir in der Anfangsszene gesehen haben. Gehe ich mal stark von aus und... Ja. So, warte mal hier. Oh je. Ja, aber warum? Jetzt aber ob... Zack, zack, zack. Ei, ei, ei. Das ist aber nicht gut, dass wir da aufgemacht haben jetzt. Ei. Haben wir nicht gerade unter uns Töne gehört, Leute? Daniel! Alles gut? Ach du Scheiße. Oh nee, war... Hilfe! Ah. Ähm. Oh, hochziehen oder angreifen. Hochziehen machen wir. Wir machen hochziehen, komm. Ah, ich glaube, es war eine dumme Idee. Ich weiß nicht. Oh, ich hoffe, es geht. Oh, ich glaube, es geht. Oh, ich glaube, es geht. Oh. 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 Ah. Eieiei. Ja, Leute, zieht ihn doch mal hoch. Unversichtlich, ich muss hier raus oder beruhigend los. Los, beruhigend. Das war doch... Oh Mann, das ist echt blöd erklärt immer. So war das wieder nicht gemeint. Ich will niemanden verlieren, ehrlich. Daniel, bist du da unten? Daniel? Sag doch was! Gib uns ein Zeichen! Schreib ins Buch! Los jetzt, bevor noch was passiert. Für alle, die Phasmophobier kennen. Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Daniel? Wo zur Hölle bist du? Antworte! Siehst du Daniel? Nein. Ist noch nicht da. Okay, gehen wir weiter. Daniel geht sicher gut. Holt uns bald ein. Ja, äh, äh, das hoffen wir mal, oder? Leute? Ähm, hallo? Ihr steht mir hier im Weg. Jetzt. Bitte mal weit. Hallo. Geht doch mal aus dem Weg jetzt. So. Ei, 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 das war aber wieder pure Action. Aber Leute, ich bin echt übel stolz. Boah, zum Teufel ist er hin. Daniel? Bitte antworte! Bleib cool. Wir finden ihn. Weil ich hab noch keinen verloren. Ne, ich kann jetzt nicht sagen, ich hab... Ne, uns ist noch keiner gestorben. Weil ich glaub ja eh, dass die alle schon tot sind. Aber zumindest haben wir noch keinen verloren. Und da bin ich echt stolz drauf. Weil normalerweise, Leute, ihr wisst das, ja? Höhöhöh. Klappt das nicht so gut. Daniel? Wo bist du? Oh je. Andrew! Hey! Leute! Bin hier oben! Mann! Schön, euch zu sehen! Immerhin sieht jetzt noch jemand aus wie Frisch aus dem Sumpf. Oh mein Gott! Dacht, du wärst tot. Mich wirst du nicht los. Oh je, Leute, und da kommt's nochmal aus dem Wald gekrabbelt, das gruselige Sumpfmonster. Ganz ehrlich, was das sein soll, das hab ich noch überhaupt nicht kapiert. Aber, äh, sie haben's jetzt auch selber gesagt in der Episode. Ja, sie vermuten auch, dass sie tot sind. Zumindest manche von ihnen. Und, äh, der Meinung bin ich halt immer noch, die sind alle schon tot. Und müssen vielleicht noch irgendwas erledigen. Oder irgendwas erfüllen. Oder irgendwas wieder gut machen. Keine Ahnung, äh, was die vielleicht in der Vergangenheit angestellt haben. Und durchleben da vielleicht dann immer wieder irgendwelche Leben. Bis sie es gut gemacht haben. Das ist zumindest mal meine Meinung. Ich hab mich diese Folge auf jeden Fall tierisch erschrocken. Wirklich furchtbar. Und, äh, war sehr actiongeladen. Und, äh, aber ich bin mega stolz. Wie gesagt, Leute, äh, das ist das erste Mal bei so einem Spiel, ähm, dass es schon so weit fortgeschritten ist. Und ich noch niemanden verloren hab. Und da bin ich echt stolz drauf, ja. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Das wär nämlich das erste Mal, dass ich so ein Spiel durchspiel. Ja, ohne dass mir einer, ja, drauf geht, sag ich, ja. So, wenn es euch gefallen hat, dann, äh, ja, gebt dem Video gerne ein Däumchen. Ähm, abonniert sehr gerne, wenn ihr es noch nicht habt. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und, ja, haut gerne in die Kommentare. Wenn euch was gefallen hat, natürlich auch gerne, wenn euch irgendwas nicht so gefallen hat. So, dann bis zum nächsten Video. Danke fürs Dabeisein. Ciao, ciao.